Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf Vodewalen-Map! Das hat Google-Ballen gegeben, ne? Ich hab mal nachgeguckt. 68 Stück. Ich glaub, da brauchen wir jetzt mal kein Strom mehr machen, ne? Habe ich das Moped schon eingeklappt? Da kommen wir lockerfloppig, glaub ich, erstmal mit hin. Hoffe ich. Vor allen Dingen... Wohin? Wohin? So, jetzt müssen wir jetzt mal ein schönes Fläckchen für unser Ballenpresschen finden, ne? Waren wir mal einen Schuppen? Was ist denn da gekommen? Oder war der Deko? Ne, Kälberbude Deko. Komm mal zurück zu. Wir müssen ein Plätzchen für unsere Brasse finden, ne? Waren wir noch? Hier ist ein Plätzchen, oder? Passt da rein? Könnte ein bisschen knapp werden, ne? Machen wir mal Lucky Lucky. Ja, müsste vielleicht passen, ne? Oder auch nicht. Und da passt sie schon mal nicht rein. Die sind zu schmol, ne? Vielleicht doch. Ich glaube, das Wickelauto ist hinten ein bisschen breit, ne? Ein bisschen ist gut, ne? Hm. Wir finden schon ein Plätzchen für unsere Presse. Und wir hier gelacht. Wenn das nicht klappen würde, oder? Das kriegen wir hin. So, wir müssen aber auch gleich weiter dreschen, ne? Ähm, heile, heile. Die passt hier doch noch mit hin, oder? Äh. Bestimmt sie jetzt hier hin. Haben wir eine Werkstatt am Hof? Wisst ihr das? Weißt du, es kommt gar nicht. Da ist die Werkstatt. Aber da passt nichts drauf, ne? Steht da Futter-Mischer in der Werkstatt? Ja. Na, 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 jetzt mal aufräumen hier. Oh, very small Trigger. Würde ich mal so sorgen, ne? Ich hoffe, ich bete. Ich bete, dass wir vorne ne Kupplung haben. Ich bete, dass wir vorne ne Kupplung haben. Das sieht zwar nicht so aus, aber... Lasst uns bieten. Schickt. Und dann so ein klein worgen, ne? Das kommt nicht so gut. Das ist ein bisschen Konzentration hier auf dem Hof, ne? Ja. Musst du auch ab und zu mal machen. Damit hat alle klappt. Ich bin ja schon, ne? Ich habe noch gelacht. Ein bisschen bewegen muss der Schlepper sich schon, ne? Damit der Wagen rollt. Jetzt ist ganz einfach in den Ära Trigger, weh! Vig Mal! Hältst du? Hältst du? Wie soll ich denn da dran kommen? Die ist ja nicht so cool, ne? Jetzt willst du nur dran kommen, ne? Hältst du dann nicht an? Doch jetzt. Yeah, thank you! Configuration... Jetzt geht's. Configuration... Danke! Okay. Wieder 1000 Euro eher mal. So läuft's. Da haben wir aber nur ein Bild, ne? Das haben wir schon mal... Der Laden flippt schon mal wieder, ne? Und das kann ja keiner sagen, dass wir das nicht vernünftig hingekriegt haben. Stimmt, das macht das hier eben rein. Noch einigermaßen. Genau, die brauche ich. Dramatikrande, der Malheur hier, Abflug. Das ist direkt voll, geht auch nicht viel rein. 16.000 Liter ist nicht viel. Was soll ich machen? Nix, kann ich nix dran ändern. Wir können auch Feldweg fahren. Bringen wir den eben zu den Hof, laden den ab. Ja, dann rein theoretisch kann ich direkt schon wieder zu den Hof brackeln, abladen. Läuft. Ist dann, glaube ich, Schneidweg zwar und dann bin ich, deswegen fahren wir mal lieber hier. Ja, guck. Als wenn ihr intelligent geporkt, ne? Ja, 68 Ballen müssen wir noch alle von der Fläche runterholen. Jo, läuft. Jo, läuft. Da wird einem nicht langweilig. Die Nachbarn, ey, sind die immer noch nicht aus dem Urlaub zurück hier? Mülltonne mitten im Weg da anstehen. Geht's doch nicht. Ab und zu auch mal Mülltonne wegräumen. Wahrscheinlich hat das mit Bewegung zu tun, ne? Fünf Schritte laufen. Ganz schwieriges Thema bei manchen Leuten, ne? Da muss man ja ganz ehrlich sagen. So fahren wir von einem Ort zu den anderen. Mann, 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 ey. Um das so viel zu dreschken, ne? Leider, Leider. Ich mag auch nicht, ob das alles so richtig ist. Direkt in der Ernte hier auf dem Hof. BGA läuft auch noch nicht. Das geht nicht. Da freue ich mich ja drauf, ne? Rinderstall. Ich will da wohl reinpassen. Könnte das schon mal einkraseln oder so. Also ich muss erst das Futterband anmachen, bevor wir wieder abladen können, ne? Richtig, Svenny. Die fängt gut erkannt. Halt an. Halt an. Was ist denn laufend, Max? Müsste rennen, das Moped. So, mal eben gucken. Ich hab wieder einigermaßen dran gefahren kommen. Mit zwei Wochen kannst du vergessen, mit dem Moped da abzuladen. Ich hab lieber einigermaßen dran gefahren. Ich hab noch nicht ver starkes, bis ich selber verhalten. Aber ist es noch nicht? Dann lasst uns mal los, ab zur Fläche. Vollgas, was die Möhre hergibt. Geht ein bisschen weg hoch, ne? Mixed direkt. Die meisten Bollen sind liegen geblieben, ne? Zwei, drei. Die wollten da nicht so liegen bleiben, wie ich das wollte. Sonst? I don't know. Das wird noch ein paar Fahrspaß. Egal. Das musst du heutzutage haben. Das musst du heutzutage haben. Was haben wir eigentlich für Produktion? Wisst ihr das noch? Jetzt müssten wir mal was zur Produktion bringen. Und da mal einen schmalen Toller-Meträger nehmen oder so. Soll ich noch mal gucken. So alles in meinem Zufsviel ist auch nicht so prickelnd. Mülltonne on board. Irgendwann brackele ich da sowas von gegen. Ich kenne mich. Da bin ich neu verzwungen, dass wir hingestellt. Ach ja, Leute. So ist das. That's the way of life. Das sind olympische Winterspiele, ne? Ne, muss ich eigentlich gucken, ne? Ich habe ja gar keine Zeit, LS zu spielen, ne? Sonst schiebt kein Raum. Hey, guck mal. Können wir uns die Fläche da leisten? Ja. Ist nicht so groß. Kannst du mit den Spaten pflügen. Und da sind wir wieder. Ein Ort und Business des Geschehens. Ich wollte nach der Produktion gucken, was die kostet. Hier seht ihr. Ne, 63 Ballen sind es. So war es. Ich muss ja hier hin. Was ist denn hier? Also holen, Strohhandel. Hofladen. Ach so, mit dem Beeten da, ne? Jungenwarenproduktion. Rockerei und Getreidemühle. Lasst uns die mal besuchen. Wie sie war es? Wir kaufen die Hütte. Äh, falsche Baustelle, ne? Ne, ist doch richtig. 96.000 hat er gesagt, ne? Ja. So, das ist jetzt unser Moped hier. Wir können uns. Perfekt. So, liebe Leute. Ich sage aber jetzt erst mal da gefühlt zu gucken, bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.